Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Wir Schalker können ja mindestens bis Saisonende auf die Dienste von Andreas Wintheim vertrauen. Der rechte Verteidiger wurde ja von Sparta Prag ausgeliehen und als Rückschritt wertet er seinen Wechsel keinesfalls. Zu Wochenbeginn vermelnte der FC Schalke nur für die Verpflichtung von Andreas Wintheim. Der 26-jährige Norweger soll die rechte Abweisung verstärken und wurde dafür samt Kaufoption von Sparta Prag ausgeliehen. Für Königsblau tritt Wintheim den Gang in die zweite Bundesliga an, obwohl der Verein seiner Ansicht nach für Höheres bestimmt ist. Es ist ein riesiger Verein, aktuell vielleicht ein schlafender Riese. Der Klub gehört einfach in die Bundesliga, sagt die Leihgabe gegenüber der WAZ. Der FC Schalke betonte, Wintheim ist im Ausland alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Jeder hat schon mal von Schalke gehört, auch von den landschaftlichen Fans habe ich schon gehört. Auch deshalb sei der Wechsel von Europa-League-Teilnehmer Sparta Prag zum SN4 kein Rückschritt, sagte der einmalige norwegische Nationalspieler und betonte, Schalke ist so ein großer Klub und als ich mein Interesse gehört habe, habe ich meinem Berater sofort gesagt, dass ich es unbedingt machen will. Ich will hier wieder regelmäßig spielen, Teil dieser Geschichte sein und so gut es geht dabei helfen, den Aufstieg zu schaffen. Zudem verriet Wintheim, welche Qualitäten er auf der rechten Abwehrseite uns natürlich dann noch mitbringen wird. Auf dem Platz bin ich jemand, der dem Team viel Energie geben kann. Ein Spieler, der gern verteidigt, aber auch angreift. Ich laufe viel, mag es ins Pressing zu gehen und in offensive Chancen herauszuspielen. Nach der Oberschenkel-Verletzung von Memedjan Aydin ist der Neuzugang vorerst ja unsere einzige Alternative zu Reinhold Ramftl. Womöglich kann er deswegen auch schon bald auf dem Rasen unter Beweis stellen, warum sie die Verantwortlichen um ihn bemüht haben. Ich freue mich darauf, Andreas Wintheim zuerst mal zu sehen. Ich denke mal, sportlich einschätzen können wir ihn alle nicht. Aber bedingt durch das geringe finanzielle Risiko bei diesem Transfer, durch die Lust von Andreas Wintheim und natürlich auch durch die personelle Situation, was MMOID angeht, glaube ich, kann das auf Wintfall eine gute und spannende Geschichte werden. Eure Meinung zu unserer neuen Nummer 16? Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!